hallo ich meine lieben und hier sind wir auch wieder gerade nur kurz unterbrochen für die folge es geht jetzt auch gerade mal fett wieder weiter ich glaube Cookie muss jetzt wieder sein Eingangssatz machen weil ich bin hier gerade in der Höhle muss das schnell machen für eine misgeboten hier auch sind halt die fresse Hallo Leute Willkommen zum neuen Let's Play Part wieder Let's Battle wie auf diesem Channel an eigentlich schon Tagesort ungefähr ja ungefähr sorry auch mal so nebenbei dass ich paar Tage nicht hoch gelandet hatte aber keiner von uns hat den wirklich Zeit auf dem und anderes Projekt habe ich auch keine Zeit und mich regt es auf dass wir nicht das große Blätterdach verbrannt haben weil da oben sind die Feinde und ich habe sie gesehen und wir sind in der Burg und ich habe eine gute Idee wir könnten uns am Spawn mit westigen Bratenstein da reinbauen und dort bleiben Nächstes Mal wer stirbt dann gehen wir raus und töten ihn Warte 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 ich habe gerade nicht zugehört Hey wo ist jetzt mein anderer Joypoint Oh da ist mal wieder jemand hingeklatscht Und jetzt haben wir vier, drei die Lebensdienst Vier wir, vier Exorcist und halt vier Domse und vier äh und hey Ach du Scheiße geh weg Sander Ich frage mich Sander stirbt eigentlich Sander ist einmal gestorben und Ja ok Sander ist einmal ähm Boah hey bei mir geht sie gerade sowas von ab Angeber nur wenn ich nicht weiß wo du bist und im dunklen Wald rumgehe wo ich wieder mal die Taschenrappe angestaltet habe Oh 30.000 Trolls Oh 30.000 Trolls Ja ich werde sterben Ja ich werde sterben Sander nicht Hier Stirb Oh vielleicht Oh So Tauke deine Koordinaten Warte 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 Ah Damit ich dich retten kann Ah Hör auf zu schreien Ähm Plus Warte 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 Plus 15 Minus 232 Warte Irgendwo da in der Nähe muss der Eingang sein Das sind richtig viele Fackeln Ja Ich glaube das sind Feinde Ja Gerade am Spawn Warte wie Plus 15 Plus 15 Minus Minus 231 Ok Komm mal zu dir Oh ja Oh wie verstehe ich das Ähm Ah Scheiß Spinner Ähm Wohin reicht Ok Plus 15 Minus wie viel Minus 234 230 Da hat gerade jemand was gegessen Mit dir Aha Und das war es nicht du Äh doch ich habe gegessen Und danach kam Da kam nochmal das Geräusch vom Essen Soll es ja jemand anders was gegessen Ok Aber so leise war das Ich glaube das Dom's Deer ist Und Zander und so sind bei der Base halt beim Was war das? Achso Alter Ich glaub das so Mein Schwert ist gleich kaputt Ja klar Ich hab ein Ersatzschwert Ich mach zu dir Plus 15 Und minus 200 Habe ich Holz dabei? Ja ich hab Holz dabei Plus 15 Und minus 200 Warte Äh minus 7 200 Mit minus 243 40 Bis Gerade rauf Bodeln Jesus Christ Hör auf zu lachen 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 nicht Die Monster lachen mich aus Achso du meinst die Zuschauer Ich mein nicht einmal die Zuschauer Ja 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 Ok wo bist du jetzt Ähm plus Wie viel? Gibt's Gegner die rumbacken Aber kein Äh wo bist du jetzt? Minus Geht zu null Und minus 238 Ok warte Ich baue mich gerade durch die Erde Und minus 200 Achja Spannende Folge Ja bei mir geht's eigentlich voll grad ab Was mich nervt Ja bei mir geht's voll ab und ich muss hier unten sitzen Ganz allein Und ich baue mich gerade quer durch die Welt zu dir Nur für dich Awww Awww wie süß Ist gut ich weiß dass ihr lacht Awww 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 Plus 230 Jetzt hätte ich zu Fuß gehen sollen Awww Awww Aber ok dafür haben wir jetzt Awww 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 Ich hab Skype geschrieben Toll Und ich kanns nicht Ich hab Skype auch nicht ausgemacht Ich dab Ja aber man hat den Sound nicht geart Ich seh nur das Ding Macht mich wahnsinnig Kennt ihr das wenn Irgendwo angeschrieben wird Facebook Äh Handy Handy ist nicht so schlimm Awww Wo man irgendeine Meldung bekommt Die dann ganz dazu nervt Und man denkt sich Musst du jetzt nachschauen Ich sagt nur Handy in der Schule Also wer hier gesagt hat, dass hier Diamanten sind, echt ey, Schande über euch, nix ist hier. Genau, genau, ähm, Crafter, kann 30, der uns gute, aber auch böse Tipps gegeben hat. Ne, hier ist echt nix. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ehemals, was, nur noch fünf Minuten? Da läuft's mir aus. Ja. Jetzt schon. Wir hatten gerade mal zwei Parts gemacht. Nicht bis, zwei, ein, äh. Eins. Warum nicht? Wir haben ja sowieso nicht Parts. Ja, keine mehr ist. Hey, komm mal zu mir in der Erde. Warte, ich baue gerade Kohle ab. Hey. Umrichtung, Hund. Möglich ist hier noch was riesiges, ist ich habe noch sauviele Gegner. Wo bist du gerade? In der Höhle. Wo, genau. Und ich habe Gold gefunden. Und ich muss was weg haben für Gold. Ich hoffe, dass das Gold ist und dass ich jetzt nicht angeschrieben werde. Das Gold. Ja. Oh, wenn wir mal einen linken. Hrafting Table. Also ein Magic Table. Ein Magic Table. Der dann so verschwindet. Wo warst du? Wie viel Meter habe ich jetzt? Oh, meine Rüstung macht das noch mit. Wie viel Meter bist du gerade? Ähm. 240. Minus 240. Ich komme dir die ganze Zeit entgegen und tue ins Deck. Komm, 200. 100. Okay. Wow. Scheiß Skelett. Warte, ich glaube... Kommst du zu mir? Äh, ich versuch's. Ich werde angeschossen. Ja, ich versuch's, dich da hinten aufzuretten und... Oh. Was? Klappt mich denn? Alter, wie viele Skelette sind hier? Ist das Familientreffen oder was? Oh, hier wird mit Cobblestone nach unten gegraben. Ja, ich frage mich da irgendwie... Das ist aber backt. Ja, das ist aber backt ein bisschen. Nur was er backt? Vielleicht Brötchen? Vielleicht ein paar Tomaten? Back. Ich bin gerade in der Höhle. Oh, ich bin gerade bei einer Spinner. Ich bin bei einem Tombi. Aha. Ich hab's besser. Ich bin beim Enderman. Win for everyone. Ja, ich bin beim Endertrach. Ja, halt's auf. Bei mir ist das doch schon eingequetscht. Yay. Boy, da hat jemand einen ziehen. Lassen. Okay, ich bin bei 230. Oder 40. 274. Auf dem Weg nach unten. Tiefer und tiefer. Hast du ein Bucket? Ich? Nein. Dabei ein Lernen. Nein. Nein. Okay. Okay, no. 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 Leid mich am Arsch. Nein. Lass mich hier raus. Ja. Ich erlebe schon dieselbe Situation wie ich vor fünf Minuten. Ja. Okay, 270 und 0. Oder was? Yep. Ich brauche wieder Fackeln. Komm mal zu dir, ich bin über dir. Das klingt so falsch, denn... Gar nicht. Das klingt so ausverlässig. Ich heiße Hans. Oh, der arme Hans. Hans-Peter. Hans-Peter anders. Ha! Du Scheiße, ey. Yay, ich hab... Okay, wo... So, ähm, Minus... Halt 0 und Minus... Wie viel? 0 minus 244. Boah. Finde ich ja Sachen, geiles Eisen, alles. Minus 244, komm mal her. Gut, ich finde ich nicht. Nur ich finde dich nicht. Mein Sch... Okay. Ha! Mein Scherz. Mein Scherz. Ach, ach. Ja, ich sehe nicht. Meine Fans sehen was, aber ich will keine Fackeln setzen, weil... Ich setze nur Fackeln. Keine Ahnung warum. Okay, das heißt, jetzt in die Richtung? Ja. Ich bin schon in der Höhle, ne? Weiß nicht, ob du oben drauf rumläufst, oder... Was weiß ich, wo... Oh, hab ich jetzt noch ne? Okay. Und weiter geht das Vergnügen. Und da ist ein normaler Stein gebaut worden. Fertig? Normaler Stein? Ja, ich fahr mit Cobblestone gebaut. Ja, ja, ich bin in der Höhle. Ich bin in der Höhle. Geht doch, ich hör dich auch. Ah, JP, siehst du mich? Bin unter dir. Halt, geh jetzt rechts, halt. Andere Richtung. Komm zu mir, siehst du meinen Namen. Und dann bau dich nach unten. Nein, nicht in die Richtung. Andere Richtung. Zu mir! Na, ich sehe ein Troll. Bist du das, Cookie? Der hat Weizen fallen lassen. Jetzt kann ich ein Cookie machen. Ah, komm zu mir, siehst du mich nicht. Dann komm ich zu dir. Na, weil ich bin in der Höhle. Oder bei der... Oh, ne Spinner. Selbstmord. Prima. So, jetzt dürfte ich bei dir irgendwo rumgammeln. Warte, ich sehe dich, ja. Bist du meinen Namen? Nichts. Red dich mit mir. Ja, da können wir ja noch. Ja, ich bin auch bei der Spinner. Jetzt komm zu mir, bitte. Ich weiß nicht, wo du bist. Bitte. Schau auf den Namen. Siehst du nicht meinen heiligen Namen über meinen im Haupt. Sieht gar nicht. Bist du mich nicht? Nö. Ich schon. Bleibt man nicht stehen. Einfach stehen bleiben, okay? Sofort bleibst du stehen. Ja, du gehst ganz in die Fallschätzung. Fall Koordinaten sind bei mir. 10 und 230. Oh, warte, dann weiß ich, wo du bist. Und ich bin in der Höhle. Ich bin in der Fakilhöhle. Leck mich am Sack. Derbe gleich. Und es leckt. Ihr habt das leckt. Sauer, hier irgendwo darfst du sein. Hallo, ich bin. Ich sterbe. Ich sterbe jetzt. Meine Garten sind 43 und 225. Ich sterbe jetzt, okay? Ich bin tot. Du bist tot. Ja, ich bin tot. Sicher, dass wir auf dem selben Server sind. Wenn du wüsstest, wo du bist. 43 hattest du gesagt, ne? Ja. War das die erste Nummer oder die zweite Nummer? Ähm, erste Nummer. 43 und 255. Der Höhle. Okay, dann komme ich, um dir zu helfen. Du bist jetzt zu spät, schätze ich mal. Ah, und da ist sogar Deathpoint. Oh, und Kobold. Ja, das sind tausend Kobolde. Nö, da war nur einer. Ich bin aber noch nicht bei 43. Wie bist du zu 43 gekommen? Das ist schön. Das ist ein Farmer. Farmorama, was? Er ist ein Farmer. Eh, gerade zum Deathpoint. Ähm. Äh, ich sag dir nur, es sind tausend Feinde. Nur so nebenbei. Okay. Ich hätte was essen sollen, ich Idiot. Ja, ich war da drinnen und bin gestorben und nicht nur, weil ich keine Skills habe, sondern auch, weil... Und dann, weil ich nichts vergessen habe, weil wir da 10.000 Feinde waren. Hey, machst du gar nicht diese verdammten Geräusche? Was ist das? Immer wenn ich re-komme... Ja, klar. Ich bin das. Okay, dann bist das du nicht. Dann ist das irgendein verdammtes Monster. Oder es geht irgendein gigantische Zeit in unserem CS-Server und... Und ja, ich bin beim... Das Punkt. Ich bin da bei dem da. Wir waren scheinbar nicht in derselben Höhe. Ich bin dort. Kommst du? Da war eine Explosion. Hey, ich bekomme überall Nachrichten. Lass mich mal in Ruhe. Alle. Auseinander. Hast du auch... Hast du auch eine Explosion gehört? Ja, da bin ich. Hey, schau. Gene, da bin ich. Hey, JP. Hab dich gesehen. Wo sind deine Sachen? Ja. Warte, warte. Kannst du mir den Sachen geben? So. Ich hab den getötet. Warte, ich helfe dir. Töte jetzt alle drinnen. Töte es einfach alle da drinnen. Du es einfach nur direkt rein. So. Den Freien. Ich mach das. Ja, warte. Sorry, wenn die Aufnahme kurz unterbricht. Oder wenn man jetzt nicht... Ach, du Scheiße. Übertreibt doch nicht. Scheiß Skelett. Ach, Scheiße. Wie viele Gegner sind denn da? Sag ich ja. Entschuldigung. Oh. Ich brauch doch mal ein Schwert. Ja, ich hab leider keinen. Ich bin aber auch der anderen Seite gestorben. Nur mal so. Oh, Scheiße. Oh. Ich sterbe gleich. Ich sterbe nicht schon wieder. Oh. Hallo, Pa. Alter. Was ist los? Wie viele Gegner sind hier denn? Dings, erst mal, wenn ich spawne, ist so okay. Hier. Mein Schwert ist kaputt. Prima. Und da kommt ein Creeper. Ach, du Scheiße. Ja, warte. Wir gehen einfach von oben rein. Okay. Was? Wir gehen von oben rein. Versuchen, die Sachen zu verbauen. Okay. Ich hab zwei Bogen, ey. Leck mich doch. Ja, Spinne, ist gut. Gut, ich hab dich gesehen. Aber es sind noch merkwürdige Bäume hier. Schreibt mich auf. Es sind noch vier Bäume. Große Bäume hat man nicht. Direkt vom Spawn. Keine Ahnung, wo ich bin. Ne, ja, mal die Koordinaten. Was spawnt'n hier alles? What the fuck? Warte. Es ist schon arg, oder wie viele Sachen das machen? Ich glaub, deine Sachen sind verloren. Kann nicht sein, weil ich hab so viel Scheißviel Sachen gehabt. Warte. Da, jetzt runter, komm her. Typ, wo bist du? Guck mal, hier oben. Ich kämpf grad gegen Zombies. Ich hab kein Schwert mehr. Ich brauche mich mal da runter. Ich brauch nur ne Spitfaktikurz für mich, damit ich nicht nur Jahre brauche. Da freu ich das, ein Creeper, ne? Was, wir müssen jetzt gleich wenden. Ja, Creeper ist tot. Warte, denn hier. Wann ist noch mal raus? Bessen. Warte, das war ich bei dem Deathpoint. Nein! Scheiße. Wenn du da jetzt gerade ausgehst, dann müssen die Sachen sein. Hast du was zum Essen für mich? Oh, da ist ein Kobold. Äh, ja, warte, ich geb dir. Ach du Scheiße, was geht hier ab? Hier. Oh, Schluss. Warte, wir müssen noch einen Moment die Sachen sammeln. So, das tut uns jetzt leid, dass wir jetzt ein bisschen überziehen müssen, aber die Sachen sind gerade ein bisschen wichtig. Alter! Dann packt der Server auch noch so. Ich brauche echt ein Schwert, ey. Warte, komm mal her, zu mir. Komm, am Arztu. Hey, warte, ähm, wir müssen wirklich die Sachen. Vorsicht, von oben, von der Seite, von hinten. Ah! Was? Hast du mich getötet? Alter, nein. Was? Jesus, tut mir leid. Hey, wenn du da jetzt bist, wenn du da jetzt bei dem da, wo du bist, dann musst du jetzt weiter rein, okay? Ja, weiter rein, tiefer, ja. Nicht, dass er jetzt den Server ausmacht. Ich geh weiter rein, und hier sollen deine Items sein, oder was? Ich sehe nur tausende Endermann. Nee, hier ist nix. Bisschen XP, bei Zombies. Ach du Scheiße, ich geh auf. So, ich, boah, ey, alter. Oh, verdammt, der ganze Scheiße-Zweck, okay. Jesus, Scheiße. Boah, das war nicht schlecht, der Folge ist ja schlecht, das war von uns. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge ein, bis dann, Leute. Ja, viel Spaß, und ich hoffe, wir werden die nicht alles, hab schon ausgemacht. Und weiterfinden kann ich noch nicht. Ähm, alles wiederfinden können, was wir da gerade verloren haben, und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.